Guten Morgen, liebe Traderinnen. Und Trader und heute, heute erstmals herzlich willkommen hier all den Zuschauern über unsere Übertragung via Zoom. Wir sind gewechselt von GoToWebinar in Zoom. Das hat eine Neuanmeldung zur Folge gehabt. Von der Seite her ganz lieben Dank, dass hier diejenigen, die es schon getan haben, sich die Arbeit gemacht haben, den Link zu klicken und die Neuanmeldung zu machen. Alle anderen, die jetzt nicht genau wissen, wie sie zu diesem neuen Link entsprechen bzw. zu dem neuen Stream kommen. Ich zeige es nochmal ganz kurz im Hintergrund. Einfach auf die Website von Tickmill gehen und dann hier bei den Werkzeugen auf Webinare klicken. Und wer dort drauf ist, der geht einfach hier auf das Webinar täglich. Neue Handelsideen einfach draufklicken, dann anmelden und fertig ist die Geschichte. Das ist es und damit läuft das Ganze dann auch morgens in den Live-Besprechungen. Im Hintergrund sieht man es schon als Thema Nummer 1 hier in den Charts heute. Euro-Schweizer-Franken wird mal wieder Zeit darauf zu klicken, weil wir haben hier einen wichtigen Drehbereich, wo sich der Markt nicht richtig lösen kann. Aber wenn er sich einmal davon löst, könnte Dynamik reinkommen. Deswegen heute Euro-Schweizer-Franken auf der Uhr dazu nach US-Dollar, norwegische Krone und Euro-Neuseeland-Dollar. Also ein bisschen bunt heute. Auf den DAX möchte ich auch noch blicken, wenn wir es zeitlich schaffen. Und ja, dann natürlich gerne auch noch die ein oder andere Wunschfrage oder den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße an dieser Stelle. Ja, und ich würde sagen, wir machen weiter. Jetzt kommt, diejenigen, die immer zuschauen, wissen es schon, das Thema Risikohinweis. Der Handel mit Wiesen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte, das in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit kommen wir als nächstes zur Marktvorbereitung mit den Nachrichten. Heißt an dieser Stelle die Tagesnachrichten. Was wird uns hier angezeigt? Wir sehen es an diesem Punkt. Heute Nacht haben wir schon Daten aus Japan bekommen. Die Ausgaben der privaten Haushalte für den Mai sieht gar nicht so gut aus. Wenn man das mal im Jahresvergleich sieht, hier ein Rückgang von 16,2 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich, aber das hängt halt einfach mit der momentanen wirtschaftlichen Situation zusammen. Wenn sich die Zahlen deutlich bessern, dann kann man hier auch von einer anfänglichen Besserung der Wirtschaft ausgehen. Wir sehen es mal noch auf klassischer Monatsbasis betrachtet. Also hier für den Mai, da hatten wir im letzten Monat minus 6,2. Die Prognose war 1,8. Hier sind wir auch deutlich unter der Prognose im Rückgang von minus 0,1. So schön sieht das nicht aus. Aber wir merken momentan auch wieder, dass das Thema Covid-19 die Wirtschaft wieder einschränkt. Wir haben überall rund um den Globus Meldungen, dass hier vermehrt Herde ausbrechen. Wir sehen in einigen Ländern auch wieder Lockdowns. Zwar nicht das ganze Land, aber in Metropolen. Wir haben es gehabt in China. Asien sieht generell ein bisschen schwierig momentan aus. Auch Japan hat darunter zu leiden. Wir haben es heute Morgen gehört. Melbourne hat für die Gesamtregion einen Lockdown für die nächsten sechs Tage, glaube ich, angekündigt. Also man macht es punktuell dort, wo es ausbricht, was ja auch zu funktionieren scheint. Aber wir sehen, es flammt immer wieder auf. Wenn wir auch davon ausgehen, was in Amerika gerade passiert. Unglaublich. Aber gut, das überspannt jetzt hier den Bogen. Da sage ich nachher vielleicht in meinen Wall Street Traders noch etwas dazu. Aber ansonsten schauen wir jetzt einfach auf das, was uns hier angeht. Thema Industrieproduktion haben wir schon bekommen aus Deutschland. Wir sehen hier zwar eine rote Zahl, weil der Zuwachs nur 7,8% gewesen ist und keine 10%, wie es die Analysten erwartet haben. Schauen wir aber mal auf den Vormonat. Da hatten wir ein Minus 17,5%. Von der Seite her ist das schon eine Steigerung. Was wartet heute noch auf uns? Heute Nachmittag eine wichtige Information aus den USA. Um, jetzt muss ich mal genau hinschauen, 16 Uhr bekommen wir die Scholz-Stellenangebote. Das ist wichtig. Thema Arbeitsmarkt wissen wir ja in den USA. Da ist die Situation auch sehr, sehr angespannt. Und gute Zahlen haben bisher immer zumindest dafür gesorgt, dass die Indizes weiter steigen konnten. Wir werden sehen, was da rauskommt. Und ansonsten, wie schon gesagt, heute am späten Abend die Rohöl-Lagerbestände. Es gibt ein paar Reden von FOMC-Mitgliedern. Das alles am Nachmittag, am späten Nachmittag bzw. frühen Abend hier bei uns in Deutschland. Und am Vormittag am Rande nur erwähnt. Die Briten, also wenn wir jetzt auf Währungspaare mit dem britischen Fund schauen, da kriegen wir die Hauspreise und die Arbeitsproduktivität für das erste Quartal. Soweit mal der Blick in die wichtigsten Meldungen hier an dieser Stelle rein. Was jetzt noch wichtig ist, sind natürlich hier an dieser Stelle die Charts. Und da schauen wir jetzt entsprechend auch mit rein. Heißt also, hier blicken wir in den Stereo-Trader, also MT4 mit Stereo-Trader. Und wir sehen es hier auch, die entsprechenden Anlagen mit bzw. Anhängsel mit dem MTON Live, was die Trenderkennung deutlich einfacher macht. So, also wir blicken jetzt rein in die Währung. Ich starte mal mit dem Währungspaar Euro-Neuseeländischer-Dollar. Heißt also, hier blicken wir erst einmal, wie wir es im Blog schon gesehen haben, wenn ich es dann irgendwann gefunden habe. Jetzt haben wir es in, ja, kurz den 4-Stunden-Chart. Bevor ich den aber im Detail bespreche, möchte ich ganz kurz mal noch in den Tagesschart hineinschauen. Hier an dieser Stelle, wir sehen es. Was wir hier haben, ist die weiterhin deutlich ausfallende Gegenbewegung zu diesem heftigen Schub, den wir hier nach oben gehabt haben. Wir haben mittlerweile nach unten laufen, einen intakten Abwärtstrend. Aber dieser Abwärtstrend, der verliert so ein bisschen an Puste, hat man so ein bisschen den Eindruck momentan. Wenn man sich es mal anschaut, das Level hier um die 1,71700, das ist schon ein Kraftakt, das zu unterschreiten. Wir sehen es hier drüben, das war der Punkt, als es hier zur Fortsetzung nach oben kam. Wenn man das mal ein bisschen weiter zur anderen Seite drüber schiebt, sehen wir, hier war es ein Support-Bereich. Also an dieser Stelle gab es Support, an dieser Stelle gab es Support. Dann sind wir drunter gelaufen. Hier war es dann wieder der Schub oben drüber. Hier Support, hier Support. Das ist jetzt wirklich der Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, okay, könnten wir hier möglicherweise vor einem Richtungswechsel nach oben stehen oder aber bereitet sich der Markt nur auf den nächsten Rutsch nach unten vor? Das ist die große Frage, die wir uns hier stellen müssen. Und wenn wir uns das Bild mal etwas näher betrachten, dann sehen wir momentan mal wieder ein Währungspaar, das in einer Seitwärtsphase ist. Und was wir hier auch wieder einmal sehen ist, dass wir eine Seitwärtsphase nach der anderen Seitwärtsphase bekommen. Wir haben es hier gesehen, es gab den Schub nach unten, seitwärts, Ausbruch, seitwärts. Wenn der Markt das weiter spielt, dann haben wir möglicherweise jetzt ein planbares Szenario sozusagen. Das heißt, an diesem Punkt, an dieser Stelle, Thema planbares Szenario, vielleicht ist es ja so, dass die Märkte jetzt etwas spielen wie Rutsch, seitwärts, Rutsch, seitwärts, Rutsch. Deswegen ist der untere Punkt hier so wichtig. Kriegen wir tatsächlich einen Ausbruch? So, das könnte natürlich gut Druck nach unten geben. Und so ein paar Ähnlichkeiten in der jetzigen Situation verglichen mit der vorigen Situation gibt es auch, wenn wir uns das mal anschauen, hier unten, Test dieses Levels hoch, Test dieses Levels hoch und dann kam der Rutsch. So, was haben wir jetzt? Test von dem Level hoch, Test von dem Level leicht hoch. Vielleicht wartet ja der dritte Rutsch oder der nächste Rutsch an dieser Stelle nach unten. Anlaufpunkt zur Unterseite können wir auch sehr, sehr schön sehen, wenn wir uns den Tagesschat mal anschauen. Hier unten diese Marke, dieser Drehbereich hier, um die 1,6780. Das wäre dann der Weg nach unten. Im Kurzfristbereich sehen wir hier drüben noch so ein kleines Haltelevel bei 1,78. Das wäre ein kurzfristiger Anlaufpunkt. Aber ob es soweit kommt, da müssen wir in die kleineren Zeiteinheiten schauen. Und da können wir nämlich sehen, was hier los ist. Ich gehe mal in die Stunde rein. Da kann man es gut sehen. Und hier sehen wir nämlich, dass die Marke, in der wir uns gerade befinden, also dieser Drehbereich sozusagen, dass wir da durchaus momentan eher die Abprallsystematik haben. Also wenn wir das mal im Kleinen machen, wartet mal, ich gehe mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart, da sehen wir ein bisschen mehr Chart-Historie. Wenn wir das jetzt im kleineren Bild machen, wenn wir das so sehen, ja, schaut mal rein, da haben wir jetzt hier einen leichten Abprall. Und wenn wir das jetzt mal kurz ranzoomen, dann müssen wir jetzt natürlich sehen, wie kann es denn jetzt weitergehen? Also uns die Frage stellen hier mit Blick in den Chart vom Euro-Neuseeland-Dollar, was haben wir denn zur Oberseite noch zu bieten? Wo könnten wir eventuell Käufer oder Verkaufsdruck in den Markt bekommen, ja? Und da sehen wir zwei Marker, die jetzt erstmal entscheidend sind. Der erste Marker, der entscheidend ist, wäre mal das heutige Tageshoch, ja? Wenn wir da drüber gehen, haben wir hier im kleineren Bereich einen Aufwärtstrend laufen. Und das wäre dann wieder ein Indiz dafür, dass wir durchaus erstmal die Level wieder in Richtung der oberen Range-Begrenzung anlaufen. Das ist ganz klar, das ist ein völlig normales Verhalten innerhalb von Ranges. Jetzt kommt es allerdings darauf an, wie sich der Markt verhält, wo wir Stärke oder Schwäche reinbekommen. Und ein erstes Schwächesignal, und zwar ein deutliches, wäre es, wenn wir direkt an diesem Verkaufsbereich hier abprallen. Wir sehen es ja hier, die Marke von 1,73,300. Das ist die Marke, das ist das letzte Verkaufslevel. Und wenn hier direkt wieder Käufer reinkommt, dann ist das ein Zeichen, dass der Markt erstmal nicht höher möchte. Und da mehren sich dann wieder die Anzeichen dafür, dass wir eher unten raus wollen. Und das unten raus wollen bedeutet, dass wir eher vielleicht dieses Seitwärtsrutsch-Szenario wieder sehen. Wer weiß, wir werden es bald sehen. Wie schon gesagt, das Verhalten an dieser Marke hier ist wichtig. Wie steigt der Markt darüber, dann wäre das das klassische Range-Szenario. Dann wird es wichtig, was passiert im Median. Im Median hier um die Marke von 1,74,100 haben wir hier ein Verkaufslevel liegen. Also auch das Level, als sich dieser Trend hier gebildet hat. Da wird es dann interessant. Schieben wir hier drüber, ist der nächste quasi alte Verkaufsbereich rausgenommen wird. Und das sieht dann eher aus, als wenn es wirklich zur Range-Oberseite geht. Range-Oberseite haben wir hier liegen um die Marke von 1,76. Und ein kleines bisschen drunter haben wir hier noch den Schwungbereich. Hier, wo wir oben angelupft sind, immer mal wieder. Das sehen wir hier um die knapp 1,75,8. Das sehen wir hier, das sehen wir hier, das sehen wir hier, das sehen wir hier. Also kurz unter diesem Bereich, da ist so das Level, wo der Markt immer wieder runtergekommen ist. Das ist dann relevant, wenn wir tatsächlich hier Aufwärtstrand bilden, dieses Kauflevel rausnehmen und das Median auch noch rausnehmen. Das wird dann interessant. Der Markt wird uns zeigen, wo es hingeht. Und ansonsten, wie schon gesagt, ist die Unterseite relativ interessant, weil wenn wir hier tatsächlich nur so eine kleine Flagge sehen, das wäre sehr, sehr spannend. Und wenn wir die Flagge nutzen, um rauszufallen unten, also diese Flagge mit bärischem Charakter, das wäre dann eine gute Initialzündung, um hier tatsächlich auf den nächsten Schub zu warten. Das ist der Blick in Euro, Neuseeland-Dollar. Als nächstes schauen wir auf US-Dollar, norwegische Krone. Das haben wir auch nicht so oft auf der Uhr, aber hier an dieser Stelle ebenfalls ein interessantes Bild mit Zusammenarbeit einer Range. Und zwar sehen wir das hier im 4-Stunden-Chart, wenn wir Euro noch mal anschauen. Übergeordnet ist das Bild short. Diejenigen, die es nicht so genau sehen, ich gehe noch mal kurz in den Tages-Chart rein, da kann man es besser erkennen. Wie schon gesagt, diesen massiven Spike nach oben hat es auch gegeben. Der Markt trendet hier ganz klar nach unten. Das zeigt auch diese automatische Trend-Erkennung hier im MTUN-Live-Signal an. Wir sind abwärts gerichtet. Hier hatten wir die Range, oben bei 9,78, unten bei 9,45. Das die Range-Marken und da sind wir jetzt drunter durchgerutscht. Deswegen hier der Blick in den 4-Stunden-Chart. Was hier interessant ist, was ist interessant an dieser Stelle? Wir sehen es jetzt hier, diese blau markierte Linie, die zeigt uns den Rutsch nach unten an. Wenn wir uns mal hier das Trend-Tool mit reinnehmen, da sehen wir auch den Bewegungstrend, wie er hier nach unten läuft. Das heißt, die Bewegung ist weiterhin intakt. Der Bewegungstrend ist intakt. Wir sind jetzt hier lediglich in die Korrektur gegangen. Wenn wir uns die Korrektur mal anschauen, dann werden jetzt kurzfristig erst einmal zwei Marker interessant. Erst einmal natürlich der wichtigste hier, dieser Verkaufbereich um die Marke von 9,45. Wird der direkt wieder abverkauft, heißt das, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Abwärtsrutsch sich fortsetzt, hier in Richtung Zwischentief bei 9,19,6. Das wäre dann der Weg, der nach unten frei ist. Da müssten wir natürlich erst einmal definitiv hier unten unter das Trend-Tief drunter. Aber wenn die Umkehr kommt, dann haben wir tatsächlich die Chance, das Ganze auch zu wuppen und die Unterseite anzulaufen. Wie schon gesagt, da sind wir relativ nah an einem wichtigen Entscheidungslevel, hier der Verkaufsbereich. Ansonsten, wenn wir uns hier mal etwas höher orientieren wollen und wir tatsächlich eine dynamische Rückkehr in den Trendkanal sehen, dann haben wir Level im größeren Bereich hier, wenn wir mal von oben anfangen wollen, der Verkaufsbereich ist da, das ist hier oben, als der Markt rumgedreht ist komplett, also diese blaue Linie auch initiiert hat. Der Bereich um die 9,643. Ansonsten hier orientiert an dem letzten Schub, den wir nach unten haben, haben wir im Hoche das Zwischenhoch ganz grob um die Marke von 9,55 beziehungsweise als untergeordnete Anlaufpunkte hier an diesem Punkt sehen wir, dass die kleinen Swingers, die wir da haben, ganz grob hier um die Marke von 9,54,5. Und hier haben wir noch einen Schwungbereich, das ist der Bereich um die 9,51,5. Diese Marke, das ist das, was wir oben drüber sehen, sollten wir tatsächlich drüber laufen. Dieses Level hier oben ist auch ein wichtiger Bereich, wenn wir das mal im Größeren schauen, gab es hier den Durchzug nach unten, dann die Korrektur in dieses Level rein, da kann ich diesen Punkt auch mal ein Stückchen Höhe ziehen, hier ans Hoch, also die Marke von 9,56,4 in etwa. Also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, das ist das, wo wir durchaus eine ordentliche Gegenbewegung sehen können. Wenn wir hier oben drüber fliegen, dann kommen die höheren Bereiche in die Zielplanung rein. Ansonsten wäre das jetzt nur mal die Korrektur der letzten Abwärtsbewegung und wenn es dann wieder rum geht, dann können wir schön die Unterseite entsprechend beleuchten. Aber noch ist es nicht so weit, dass wir tief reinlaufen. Der entscheidende Punkt ist jetzt erstmal hier die Marke von 9,45. Da werden wir sehen, wo es weitergeht. Bitte hier genau auf die Lauer legen. Sehen wir hier Abpreisszenarien, dann wird es eher opportun, die Unterseite zu beleuchten und wie so ein Abpreisszenario erlaufen kann. Das sehen wir hier beispielsweise mal im Chart der letzten 5 Minuten beziehungsweise der 15 Minuten, sagen wir es mal so. Schaut, da war es gewesen. Schaut mal hier, nur mal so ein kleiner Punkt. Hier oben, ich hatte es ja gesagt, die Marke von Kropp, 9,56. Das ist der Bereich, als das Korrekturhoch hier oben geschrieben wurde. Und hier sehen wir mal, rein vom Trendtool auch angezeigt, wenn ich das nochmal etwas größer mache, sieht man es. Das war der Bereich hier oben und schaut, hier hat sich die Umkehrformation ausgebildet. Hier hat sich der untergeordnete Abwärtstrend gebildet. Also hier Bewegung, Korrektur. Hier kam es zur Ausbildung des Abwärtstrends und dann liefen wir schön schwungmäßig nach unten. Da oben erkennt man dann, wenn es abprallt. Also hier war tatsächlich die Umkehr auch da. Und Ähnliches könnten wir dann hier sehen. Das heißt, ein Abreißszenario sieht dann wirklich so aus, dass wir bis ran laufen, vielleicht auch ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter und dann umdrehen. Dann etabliert sich in den 15 Minuten ein Abwärtstrend. Und das wäre dann die Umkehrsignallage sozusagen für die Short-Richtung. Und dann kann man sich hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart weiter nach unten orientieren. Wie ich schon gesagt habe, das erstmal hier in Richtung. Ich glaube, das ist das Jahrestief unten bei 9,96. Und damit blicken wir jetzt in das dritte Währungspaar für heute. Und zwar haben wir hier US-Dollar, nein, Euro-Schweizer-Franken. Nicht US-Dollar-Schweizer-Franken, sondern Euro-Schweizer-Franken haben wir hier. Und das Ganze haben wir sehr, sehr interessant, wie ich finde, verortet momentan. Bitte nicht wundern, hier fehlt jetzt das Kürzel Schweizer-Franken. Irgendwie hat es den Stereo-Trader hier rübergezogen. Das Fenster steht normalerweise auf der anderen Seite. Ist aber wurscht, der Chart ist trotzdem der gleiche. Und was wir hier jetzt sehen, ist echt total eine interessante Geschichte. Ich freue mich, dass wir das in diesem Rahmen jetzt hier auch mal wieder live sehen können. So eine Entstehung von einem Umkehrsignal. Das gucken wir uns gleich mal im Detail an. Weil wir sehen ja, Euro-Schweizer-Franken mit einem kleinen Bild momentan von oben nach unten verortet. Wir sehen fallende Hochkurse. Wir sehen fallende Tiefkurse. Was wir allerdings sehen, ist hier nach unten hin eine abnehmende Dynamik. Hier kam ja dann deutliches Kaufinteresse rein. Je billiger der Markt wurde, je mehr wurde der Markt nach oben getrieben. Aber wir haben jetzt natürlich die Chance, aus der Korrektur heraus erst einmal wenigstens wieder in Richtung Trendtief zu laufen. Das Trendtief haben wir hier momentan um die Marke von 1,06, 1,16 Schweizer-Franken. Das ist das Tief hier unten. Zwischendurch haben wir noch einen kleinen Auffangbereich. Hier ein kleines Stückchen höher an dieser Marke. Hier ganz knapp die 1,06, ja über den Daumen 17, 18 in diesem Drehbereich. Das ist interessant. Die Oberseite müssen wir uns auch noch anschauen. Wie schon gesagt, wir sind hier momentan im 4-Stunden-Chart. Wenn es zur weiteren Ausdehnung kommt, wir haben ja hier ein kleines wichtiges Zwischentief rausgelemmt. Da verharrt der Marktgrad ein bisschen zu oben drauf. Die Marke von 1,066. Wenn es tatsächlich über das Tageshoch wieder drüber geht, haben wir auf der Oberseite Orientierungslevel liegen. Hier das nächste Zwischenhoch um die Marke von 1,0699. Das ist der Bereich hier oben. Wenn es da drüber geht, ist diese Short-Dynamik kurzfristig erstmal wieder rausgenommen. Und wir orientieren uns hier, wenn wir mal kurz in den Tagesschart reingehen. Na hoppala, was ist denn hier los? Jetzt will er uns den Chart nicht aktualisieren. Müssen wir mal kurz geduldig warten. Ich muss sich das Fenster mal neu laden. Ne, der will uns nicht in den Tag lassen. Ist wurscht. Dann machen wir es halt hier im 4-Stunden-Chart weiter. Wir sehen ja auch, was im Tag los ist. Also was wir halt einfach sehen ist, der Tag ist mittlerweile auch wieder abwärts gerichtet. Wenn wir allerdings hier über die 1,07, also knapp 1,07 drüber laufen, dann haben wir so eine leichte Umkehr. Und dann hätten wir tatsächlich die Chancen, weiter nach oben zu laufen. So weit ist es jetzt bei weitem noch nicht. Heißt also hier an dieser Stelle, das wäre dann der nächste Level. Wenn wir tatsächlich die 1,07 rausnehmen, wäre der nächste Laufpunkt, den wir planmäßig auf der Uhr haben könnten für steigende Kurse. Hier das Level um die 1,07,1. Und danach nach oben deutlich Platz. Hier noch ein kleiner Zwischenlupfer. Aber da müssen wir erstmal hinkommen an diesen Punkt. Viel, viel wichtiger zu sehen ist jetzt hier diese Umkehrformation. Weil dieser Chart uns hier gerade ein bisschen ärgert, mache ich einfach mal ein neues Chartfenster auf. Euro, Schweizer, Franken, da haben wir es. Neues Chartfenster. Zack. So. Und da gucken wir uns jetzt mal die Umkehrsituation an. Tata. Leute, das sieht doch klasse aus. Das ist genau das, wo uns der Markt momentan zeigt. Lapp. Es geht nach unten. Ich will nicht mehr nach oben. Wir sehen es hier. Das ist der letzte Bewegungsarm zur Oberseite rein. Also hier haben wir von unten angefangen. Das Ganze schön nach oben gezogen. Was haben wir hier noch entsprechend hier? Das war die Korrektur in der Stunde oder auch im 4-Stunden-Bereich, wie man es will. Das ist die Bewegung in Richtung der laufenden, sage ich mal, Aufwärtsdynamik, die wir hier haben. Und das hier ist der Bewegungsarm, der kleine Untergeordnete. Und der ist jetzt definitiv mal rausgenommen. Das heißt, schaut mal hier unten, da hatten wir das Zwischentief um die Marke von ganz knapp 1,065. Und damit läuft sie drunter. Das ist der erste Schub. Das ist die richtige Chance, den Markt mal von der Short-Seite wieder zu beleuchten, sollten wir wirklich runtergehen. Das heißt, das ist auch genau das, wo ich sage, hier, schaut mal hin, wenn wir uns das Ganze mal näher anschauen. Das ist eine Umkehrkerze, ein Short-Umkehr-Signal und zwar in einem wichtigen Bereich verortet. Und zwar hier oben, dieser Bereich, das ist ein Widerstandsbereich. Und wenn wir hier in so einem Widerstand ein Short-Signal bekommen, dann haben wir gute Karten, dass, wenn das Short-Signal bestätigt wird, wir durchaus auch die Unterseite anlaufen können. Heißt also hier, auf der ersten Seite sehen wir jetzt den klassischen Rutsch nach unten. Hier, das ist der einfache Schub. Wenn wir uns das Ganze in den 15 Minuten mal anschauen wollen. Das ist eine Sache, das sage ich den Leuten in meiner Ausbildung auch immer. Das ist jetzt der erste Rutsch, die Initialzündung. Wer eine Bestätigung haben möchte, muss halt einfach auf eine Bestätigung vom Markt auch warten. Am einfachsten geht das, wenn man auf eine Trendbildung wartet. Das heißt, hier einen kurzen Rücklauf anvisieren und dann den nächsten Schub nach unten traden. Dann haben wir das Ganze da. Blicken wir uns mal hier an dieser Stelle die korrektive Phase an. Also den Weg nach oben sozusagen. Wo haben wir Anlaufmarker? Das können wir schön planen. Schaut mal hier. In dem Bereich haben wir einen Zwischentief. Hier haben wir einen Kauflevel in etwa. Hier hatten wir kurz einen Zwischentief unten drunter. Und dann haben wir hier unten den Marker um die 1.063. Das sind Anlaufpunkte zur Chartunterseite. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, wo der Markt hinlegt, wie es weitergeht. Und dann können wir planen, wo möglicherweise Zielbereiche sind. Wo möglicherweise Drehpunkte sind, wo eine Gegenbewegung kommt. All diese Sachen, die sind wichtig. Und das sehen wir hier schön im Euro-Schweizer-Franken. Also der Euro-Schweizer-Franken, wenn wir uns den Tag mal anschauen. Der hat durchaus weiter Chancen nach oben anzusteigen. Hier wieder in Richtung der 1.07 hoch. Ohne Probleme, ja. Aber wenn wir jetzt tatsächlich schon das Umkehrsignal bekommen. Ja, dann schaut es so aus, als wenn wir durchaus auch ohne weiteres jetzt runterlaufen können. Und von diesem Schwungbereich, was wir hier hatten. Wartet, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Euro-Schweizer-Franken in dem anderen Fenster. Wo ist er hin? Euro-Schweizer-Franken. Da unten haben wir es hier. Dieser Drehbereich hier um die 1.063. Da sind wir ja jetzt drüber gegangen. Aber wenn wir den tatsächlich mal nach unten rausnehmen, das wäre interessant. Wenn wir mal sehen, an welcher Stelle die Verortung gerade ist vom Umkehrsignal. Da sind wir auch schön in ein gutes Korrekturlevel reingekommen. Und das würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir schön nach unten laufen. Und dann haben wir halt das Potenzial, das Trendtief rauszunehmen und hier unten reinzulaufen in die 1.057. Das die spannende Marke auf der Chart-Unterseite. So, das hätten wir dazu. Jetzt gucke ich mal kurz auf Facebook. Sehe ich keine Fragen. Muss mal ganz kurz schauen, ob ich hier im Zoom noch Fragen sehe. Kurzen Augenblick. So, muss mal kurz den Chat aufmachen. So, gut. Das passt. Fragen habe ich jetzt zu den Charts an dieser Stelle keine. Das heißt, an diesem Punkt müssen wir schauen, oder wollen wir jetzt nochmal schauen, in den DAX. Den nehme ich mir gleich nochmal auf die Uhr sozusagen, auf die Brust. Vorher nochmal kurz das Brand. Und das sehen wir momentan, wenn wir uns das Brand angucken, dass wir zwar schön Dynamik von unten rausbekommen haben. Hier, wir haben ja die Korrektur besprochen. Aber der Markt momentan einfach oben so ein bisschen gedeckelt ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da fehlen massiv die Käufe auf dieser Seite, dass man oben immer wieder abverkauft. Das heißt, im kurzfristigen Bereich sollte man jetzt davon ausgehen, dass wir ein bisschen korrektive Phase wieder bekommen. Gerade, wenn sich dieses Umkehrsignal von gestern weiter nach unten bestätigt. Das heißt, wenn wir uns das mal im kleinen Bereich in der Stunde auch anschauen. Ein sehr, sehr wichtiger Marke hier mit Blick in den Stundentrendverlauf ist mit Sicherheit hier dieses kleine Zwischenlevel hier unten um die 42. Wartet mal, ich mache das mal ganz kurz in grün. Diese Marke da unten ist wichtig. Das ist ein Drehpunkt hier, die 42. Wartet, Zettel kommt auch noch dran. Warum ist das wichtig hier? Knappt die Marke um die 42, 30, 42, 25 in diesem Drehbereich. Da war ein Kauflevel. Wenn wir das nach unten rausnehmen, wir sehen im Kleinen schwingt hier schon wieder ein Trend nach unten. Das wäre dann die Bestätigung der Umkehrformation, die wir gestern bekommen haben. Und da können wir uns dann durchaus auch auf der Unterseite orientieren. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz hier noch was raus an dieser Stelle, was wir jetzt hier nicht brauchen an Markern. Wichtig oder interessant wäre halt dann, wie es weitergeht, durchaus ein, sag ich mal, Auffangbereich für die korrektive Phase, die wir momentan sehen, haben wir hier unten. Der letzte Ausbruch, ganz knapp etwas um die 42 US-Dollar Marke hier im Brand. Das wäre mal interessant, wenn das natürlich aber abverkauft wird, dann sehen wir hier unten, gute Orientierungslevel für eine Korrektur um die 40, 93, beziehungsweise dann auf der nächsten Seite unten ran. Hier in diesem Punkt, das wäre hier mal der Wegbereich hier am Tief. Jetzt ist mir hier alles verrutscht, also hier ganz grob die Marke von um die 40 Dollar. Das hatte ich ja gesagt, das ist der Auffangbereich hier. Das wäre der Weg nach unten. Also wie schon gesagt, wenn wir hier tatsächlich eine Korrekturausweitung sehen, dann wird es interessant. Kurse unter 42, 30 sprechen ganz klar für das Ende des Bewegungstrends. Und das schiebt es dann runter und die Anlaufpunkte haben wir hier. Ich hatte sie genannt, knapp 42 hier, knapp 41 hier und dann unten knapp die 40. Schön Dollar Marken zur Unterseite ran, was man schön zur Planung entsprechend auch nutzen kann. Ich halte hier alle meine Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auf dem Laufenden. Wenn wir hier wieder eine schöne Umkehr sehen, die wir zum Traden nutzen können, die ich auch im Blog veröffentlichen kann, kommt hier rein. Ansonsten hier live zuschauen, macht auch immer mal Sinn. Und damit schauen wir in den DAX und der DAX lässt so ein bisschen die Flügel hängen. Wir hatten ja gestern Morgen über das aktuelle Geschehen gesprochen und wir hatten auch gesagt, als wir gestern Morgen unten rausgelaufen sind, wo interessante Anlaufmarker sind. Da hatten wir einmal hier diesen Bereich um die 12.765 Punkte Marke. Da haben wir gesehen, da sind wir dran gelaufen, haben kurz gewartet und sind dann hochgelaufen. Und der nächste Punkt, den ich genannt hatte, war dieses Verkaufslevel hier oben um die 12.837 Punkte Marke. Ja, und da wollte der Markt nur einmal ganz kurz ran, hat dann komplett abverkauft. Und jetzt sehen wir es, der Markt trendet hier etwas nach unten, deswegen der DAX lässt so ein bisschen die Flügel hängen. Wir sind hier mittlerweile trendig auf die Unterseite unterwegs. Aktuell testen wir das Ausbruchslevel hier um die 12.661 Punkte Marke. Angetestet, hochgelaufen, angetestet, hochgelaufen. Wenn wir es komplett nach unten rausnehmen, dann ist es interessant, wo die Anlaufmarker hingehen. Das erste, oder der erste Anlaufpunkt, den wir hier mal hätten, wäre dieses Gap hier unten raus um die Marke von etwas über 12.600 Punkten. Und dann natürlich das Thema Gap Close hier, wo wir es reingerissen haben vom Hoch hier, beziehungsweise vom Schlusskurs um die 12.583. Das wären mal erste Anlaufpunkte, wenn wir hier um das aktuelle Tagestief laufen. Das wäre dann sozusagen die Bestätigung des Bruchs von diesem Kaufbereich. Dann wäre das der erste Anlaufpunkt. Und wenn es dann deutlich tiefer gehen sollte, dann steht erstmal ganz klar im Raum hier unten das Zwischenloh bei 12.471 Punkten im DAX. Und dann sehen wir schon hier unten das, was ich damals in rot gekennzeichnet hatte, ist jetzt natürlich ein Auffangbereich. Und dieser Auffangbereich, weil hier Kaufinteresse reingekommen ist, hier um die Marke von ganz knapp 12.350 Zählern. Das wäre mal ganz klar ein Level, wenn wir tiefere Korrekturen sehen sollten, das als Anlaufpunkt zu sehen. Das ist nämlich hier der historische Drehpunkt. Also damit hätten wir wieder für die Chartunterseite ein paar Level. Ich denke mal, wenn wir hier Abgabedruck bekommen, die erst genannten drei, die könnten bei der aktuellen Marktschwankungsbreite durchaus mit in Betracht gezogen werden. Das heißt hier an dieser Stelle ganz klar zu sagen, Gap hier 12.606 Punkte, Gap Closed 12.583. Und wenn das auch nicht hält, dann zwischentief um die 12.400 und ein paar in die 70 Punkte. Das ist mal so der kleine Fahrplan, den wir hier an dieser Stelle für den DAX am heutigen Morgen haben. Und die US-Märkte, ja, die sind auch nicht ganz so bullisch mehr unterwegs. Es ist ein bisschen tricky an dieser Stelle. Also ich muss an diesen Punkten sagen, gerade für die Swing Trader ist das an dieser Stelle momentan relativ schwierig, vernünftige Setups zu finden, weil der Markt halt nicht ganz so sauber mehr läuft. Wir sehen, die Kurse steigen schon langsam nach oben, aber so ein bisschen die Euphorie geht raus. Und das sehen wir auch hier, wenn wir mal sehen, was hier gestern raufgekommen ist, ist komplett wieder abverkauft worden. Wir haben hier unten eine Nackenlinie um die 3.100 knapp 70 Punkte. Da muss man schauen, wie es wird, wenn hier der Bruch tatsächlich nachhaltig kommt, dann können wir uns schön nach unten zur Unterseite orientieren. Ich warte mal so ein bisschen den heutigen Handelstag ab, was sich darauf erwartet. Möglicherweise haben wir hier eine gute Chance, wie schon gesagt, für die kurzfristigen Trader. Dieser Bereich hier, diese Stelle hier um das alte Kauflevel, das ist ein Bereich 3.165, wenn man es mal um eine runde Marke machen will oder um eine halb runde Marke. Das ist ein Anlaufpunkt, das ist der Nackenbereich. Und wenn der nach unten durchbrochen wird, dann könnten wir relativ schnell tiefere Kurse sehen. Wie schon gesagt, ich schaue mir das Ganze an, möglicherweise morgen direkt auch mit einer guten Swing Trading Handelsidee. Damit ist das Thema fertig und ich sage an diesem Punkt einen ganz lieben Dank für die Zuschauer an dieser Stelle. Und ich sage Tschüss bis morgen. 8.30 Uhr gibt es den nächsten Livestream hier in der Sendung mit Tickmills täglichen Trading Ideen. Den Blog-Eintrag gibt es natürlich vorher. Und jetzt habe ich hier noch kurz die Fragen gesehen zum Wall Street Traders Lunch. Da habe ich einfach nur ganz kurz eine Bitte. Andreas, bitte mal per Facebook oder gerne auch per Traders Yard Nachricht direkt auf mich zukommen. Dann sage ich ein paar Worte dazu. Danke und ich sage allen hier Tschüss bis morgen. Ich freue mich drauf. Bye bye.